draußen das macht das fenster daß wir draußen sagen und weil wir selber drinnen sind nach draußen muß man schauernd fragen denn draußen ist der wind laternen stehen schon hundert schwarze nächte und abends bald nach zehn wenn mancher schlafen möchte graut wohl die straße blass und schweigend aus der flut von seufzern stein und glas nun ist es unser blut das so gewaltig rauscht da hält der wind im tanz den schritt bleibt manchmal stehen als ob er lauscht und die laternen gehen noch lange durch die träume mit das macht das fenster daß wir draußen sagen und weil wir selber drinnen sind das fenster als verbindung zwischen außen und innen vermittelt uns erst die erfahrung daß es diese zwei welten gibt wir ahnen natürlich daß es auch um das außen und innen des menschen geht nach draußen muß man schauernd fragen denn draußen ist der wind der wind ist unbeständig und damit auch sinnbild für schicksal laternen stehen schon hundert schwarze nächte das außen ist ein unergründliches dunkel und auch laternen lassen den nächten ihre schwärze wenn sie nicht sogar beim versuch die nacht zu erhellen ihre dunkelheit noch besonders betonen und abends bald nach zehn wenn mancher schlafen möchte graut wohl die straße blass und schweigend aus der flut von seufzern stein und glas es geht wohl weniger um ein klares bild als darum diese wörter einzubringen grauen blaß schweigend eine flut von seufzern stein und glas bilden einen empfindungs mix dem nächtlichen dunkel steht ein empfinden hoffen sehnen derjenigen die drinnen sind gegenüber das durch stein und glas nach außen dringt nun ist es unser blut das so gewaltig rauscht ist das ein zeitliches nun oder eher eines im sinne von allerdings es kann beides sein einmal als jetzt da wir nachts ganz auf unser eigenes innen geworfen sind das tun kommt nachts zur ruhe aber nicht das leiden sehnen hoffen und andererseits das allerdings da ja die summe allen leidens sehnens und hoffens erst schicksal erzeugt indem es zum anlaß von allem tun des menschen wird da hält der wind im tanz den schritt bleibt manchmal stehen als ob er lauscht anstatt daß wir das draußen befragen ist es jetzt das draußen der wind der sich über unser rauschendes blut wundert es ist ja wie gesagt schicksal vor allem menschen gemacht und die laternen gehen noch lange durch die träume mit es ist unser drinnen daß wir fürchten müssen nicht das nächtliche draußen auch unsere dunklen träume werden von den laternen nicht mehr erhellt als die schwärze der nacht bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank.